Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, Resident Evil 4 und... So. Wir müssen die Macht! Du hast es komplett verloren, Krauser. Oh, Bumpte! Das ist gut, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Munition besprochen, oder? So. Crowzer. Was ist passiert? Du warst doch mal so nett. Ja, kann ich dir sagen, Lea. Der Crowzer hat einen Settler getroffen und, ähm, ja. Dann ist das halt so passiert. Naja. Naja. Er wollte ja machen und die hat er bekommen. Und irgendwie wollte er dich immer wieder kennen. Und... Weshalb das finden wir bei Resident Evil The Dark Side Chronicles raus. So, Ende des Kapitels. Fünf von drei. Fünf von vier. Ab in der Papier. Oh. So, jetzt kommen wir zu einem Action geladenes Level. Finde ich eigentlich eine Schade gemacht, aber kann man nehmen. So. Und... Es probiert du auch, einsatz. Bist du wiederes? Wie soll ich meine Schade retten? Wie soll ich meine Aufmerksamkeit retten? Ich dachte, er war mit dir. Was geht's? Was are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart-mouthing while you can. It's a network. Verify the pressure of that valve. And you? Hey, okay. You're finished. Did you see something? No problem. I'm up. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. I see a star. I'm coming. Man. Man! Man. Man! 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 Now that's what I call backup. Her name's Mike. You're looking for firepower, you come to the right place. Nice. Let's go. Take care of it! Oh yeah! Goddamn scumbags! Oh my god. I'm so scared. Don't go ahead. Move! 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 Das war's für heute. Ah, das ist ein Problem. Nein, das ist ein Problem. Oh, 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 oh. So. Ohhhh! Maito! Oh, werfen wir? Oh yeah, goddamn scumbags! Reload. Oh yeah, goddamn scumbags! Oh yeah, goddamn scumbags! Hier geht es einfach. Ja, ja. Hier auch noch. Oh, oh, oh. Hier auch noch. Oh, das geht ja nicht auf. Oh, das geht nicht auf. Oh, das geht nicht auf. Nein, 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 nein. Das lass ich dann für Ashley. Das geb ich dann hier. Ah nein, der ist weg. Mal heilen, soll ich? Mal heilen, tue ich mich drauf an. So! Dann kommt er noch nicht weg. Bam! Oh, scheiße. Egal. So, jetzt kommt er. Oh, scheiße, gokil! Schiff, oi, der Manns! Oh... 2 3 4 5 6 5 7 6 Jaa, warte Ja, warte Ja, los Sooo Sooo Achonger Achonger Jaaaahhh 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 Lade So Leute, wir sehen uns gleich wieder zu einem neuen Part Resident Evil 4